Wie ihr seht, bin ich in meinem mobilen Studio, andere Leute nennen es Kleinwagen. Ich weiß nicht, ob ich ein Intro gesprochen hatte oder nicht. Wenn, dann ist das das Intro, dann kommt jetzt noch ein bisschen Geschwafel, weil zwischendurch sage ich was Interessantes vielleicht. Dann ist das nämlich Rosa Parks 49,75, als nächstes kommt die 50. Ich werde auf jeden Fall morgen über morgen meine Döschen vorbereiten und war jetzt gerade auf dem Oster Montag, 1. April 2024, für die, die das nicht lesen, sondern nur das Hören und Sehen und macht euch Dings, ja es gibt ein geiles Oster, der ja Kapis, dann habe ich zum Schluss was in Chrom gefilmt, ohne was zu sagen, wie am Telefon von Stalkern. Zwei Jungs malen gerade, ich will aber die für Überraschung nicht wegnehmen und ich habe auch nicht zwischen gefilmt. Ja, vielleicht kommt das dann jetzt, also das kommt jetzt auf jeden Fall hoch, was die Jungs gemacht haben, kommt in die 50 Leute. So. Euer Lieblings Graffiti Vlogger, M A zu dem T zu dem E. Ja, gut, das war jetzt die Kamera, die ich letztens ausprobiert habe, aber eigentlich will ich das jetzt nicht machen. Ich will nämlich die 49,7 andrehen an der Rosa Parks. Das war es, die ist zu laut. Das ist eine der letzten Aufnahmen mit dem Handy, das ich sehr häufig benutze, denn auch das ist Fratze, es gibt bald ein neues Handy und ich habe heute in das Videovlogin investiert. Canon EOS R100 mit Mic-Eingang, wechselbare Sucher, Dings, da gibt es aber heute Unboxing, denn ich bin auf dem Weg ins Fitnessstudio und danach mache ich für 6-7 Stunden Gartenarbeit bei meiner Mutter. Urlaub kann so schön sein, findet ihr nicht auch? Wir drehen 49,7 an, dann kann ich entspannt an- oder nachostern die 50 sprühen. Seid nicht zu überrascht, es ist nicht so übertrieben viel passiert. Yo. So, wartet. Baustelle ist noch da und ich glaube, ja, nur ein Piece neu vom guten Wichs und Dunk. Dunk ist neu, glaube ich, das weiß ich nicht, weil hier war letztens was anderes. Ja, irgendwas, was ich auch schwierig lesen konnte. So. Liebe Grüße, sieht sehr gut aus, gefällt mir doch. Auch, dass die Charakter simpel und oldschool gehalten wurden. Manche Sachen, wenn du bestimmte Sachen bestimmt machst, so einen gewissen Stil fährst, dann wird der immer besser und bei 30 Jahren Erfahrung ist das ein sehr sauberer, schöner Stil. Dann ist das noch auf jeden Fall neu. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Schluck auf habe. Ich habe das eine Banane, aber ich habe auch so drin. Ja, aber da gehe ich nicht hin, da ist nur noch das Atze, Hanau, das hatte ich alles. Dann hebe ich mir das lieber zwei Tage auf. Und mache dann in zwei Tagen einfach einen Zusatz-Cut. Und ja, eine Minute und kurz was im Auto sagen, lohnt sich ja nicht. Ich war gestern auch, heute ist der 27. glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht der 26. Gestern war ich am Rathaus, aber auch kein Cut. Da werden wir mal sehen. Ich bin jetzt so einmal rum. Ich will ja natürlich gucken, ob oder doch nicht, aber nee. Und jetzt geht es Sport machen und umziehen und Gartenarbeiten. Die Jungs hier haben drauf geschissen machen, die ihre Gartenarbeiten nicht fertig. So, jetzt drehen wir mal mit der Canon zusätzlich ein paar Aufnahmen für die Dings, Alter. 49,75. Gucken, ob die Aufnahmen viel, viel besser geworden sind. Ich habe bei Tiese gesehen, dass er gemalt hat und dachte, ich stelle mich mal da hin. Dann habe ich ein bisschen mehr für die, für das Aktuelle. So. Und das ist nicht schlecht geworden, Tiese. Finde ich gut. Sehr gut. Jetzt probiere ich mal was aus hier. Weiß natürlich nicht, ob das geklappt hat. Ist aber nicht schlimm. Spot an sich. Schauen wir mal um die Ecke ein bisschen. Einfach mal um die Ecke schauen. Aber hier ist nichts passiert, außer ein paar Pimmel und ich glaube, die hatte ich schon. Aber ich warte noch bis nach dem Wochenende mit dem Schnitt. Ah, jetzt habe ich eine Sonnenbrille auf. Na gut. Ich würde sagen, wir nehmen noch einmal zum Vergleich alles einmal auf. Das ist aber schon ziemlich dunkel hier, ne? Achso. Ach, okay. Jetzt habe ich hier so ein Knopf, der macht Sachen dunkel oder hell. Krass, ne? Dann, äh, das Testaufnahmen sind zusätzlich. Ich muss mich nochmal so blähen. So ein Aufpass, man muss den Finger direkt neben den Knopf machen, sonst drückt man den. Ich kann hier sogar Dioptrien einstellen. Ich habe jetzt rein- und rausgezoomt. Da weiß ich nicht, wie gut oder schlimm das war. Weil ich durch die Linse geguckt habe, nicht durch den Monitor. Aber, ja, wir sind dran. Qualitativ, we try to get him better in this. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht sogar eine bessere Lösung gewesen als ein Spiegelreflex. Ich frage mich natürlich, wie gut meine Stimme zu hören ist. Wie schlimm war, äh, vorhin der Regen. Ähm, Skatepark hat jetzt auch wieder Wasser. Komm, dann gucken wir noch einmal mit dieser Kamera den Wix One an. Sehr dominant von Tiese. Ihm gehört hier quasi der Spot. Klick, 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 klick. Ja gut, ich beende die auf. Und ab geht die Reise, es ist Ostern. Wir gehen erstmal vom Weiten. Es hat sich einiges getan. Wir sind mit der EOS heute hier. Ich hoffe mal, das klappt alles. Ich mach einmal kurz einen Cut. Okay. OBL 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 in groß. Mit, äh, Weihnachts-, äh, Weihnachts-, Osterdosen. Hier habt ihr ein DRK-Hase. Ein DRK-Hase. Da ist ein, äh, wegen Ostern, denke ich mal. Ich nehm mal die Sonnenbrille runter. Das ist schon Schatten, Alter. Ich geh mal rein. Und dann bei so einem großen Bild. Das ist immer noch schön. Krass, 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 oder? So, hier. Einmal mit schöner Kette. Passend zur Brille. Hasen, ja. 2024. Auch schöne, äh, Eierdosen. Aroi. Adi Has wegen Hase. Schwitzig. OBL. Frohe Ostern. Jetzt ist wieder dieses Spiel mit Schatten. Dann habt ihr hier. Aroi Bar, Fang, Fresh, EPS, Akira. Ähm, OBL. Dann. Hier ein paar Sternchen. Und hier geht's weiter dann. Dan, Wicks, Cell, Sec, Onyx, Luke. Gucken wir mal einmal hier. Standard, ne? Ja, nee. Gut. Grüße an Moen hier. Dann ein blaues WL. So. Hinten ist noch ein OBL. Das alte DRK ist geblieben. Das Zeug, weiß ich jetzt gerade, war auch. Da ist noch ein Aroi Tech auf der Säule. Ah. Aber gut, dass ich das heute doch noch, äh, vor dem Osterfrühstück mache. Ich glaube, das war schon sinnvoll. Ein Zweck in anderen Grün. Mit dieser Figur von, äh, 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 She-Ra. Der ist die Schwester von He-Man. Und der Typ kann so Zauber-Sachen. Mit Grüßen an Möbel, Kosch, Schuhe, Rams, Jemmo. Ein Cell. Und, ganz hinten, zuletzt, weil nicht als letztes, hier, Nick Wiss. Grüße noch drin in dem Cell. Und, ein OBL. Jetzt habe ich meine Brille abgenommen. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, ohne Brille zu leben. Als, äh, Dauerbrillenträger. So. Okay. Ich mache jetzt einmal den Kameramode. Ich will das jetzt einmal hiermit auch fotografieren. Deswegen einmal. Mhm. Das ist mir gerade auch nicht aufgefallen. Da ist bei Zeus reingetaggt worden, mit einem smiley Gesicht. Und ein Pferd. Das ist mir gerade auch nicht aufgefallen. So, was habe ich noch verpasst? Ja, nee. Da kann ich jetzt weiter fotografieren. Da ist mir gerade auch nicht mit. Das ist mir gerade auch nicht los. Magister. Ja, nee. Das ist mir gerade auch nicht los. Und Jetzt mache ich noch mal das Outro. Ich wollte euch sagen, dass als nächstes die 50 kommt. Ich freue mich über euer Zuschauen. Ich freue mich auch darüber, dass wir 300 Abonnenten haben. Ihr dürft sehr gerne, auch wenn ihr jetzt schon abonniert, auch liken. Wenn ich möchte, kann auch nicht liken. Man kann auch disliken. Ich wäre für liken. Ich hoffe, dass es spannend bleibt. Für mich ist es sowieso spannend. Und weil ich ja immer zu den Spots gehe und mir die Bilder angucke. Dann, was wollte ich, I tell you. Ja. Mal sehen, ob sich die Qualität durch etwas wertvollere, bessere Technik dann auch verbessert. Das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Das ist ein sehr langes Outro. Ich freue mich trotzdem, weil wir haben, glaube ich, 2021 vielleicht damit begonnen. Auf jeden Fall. Ja, 2021 haben wir, glaube ich, mit den Spot-Besuchen und den Graffiti-Dokumentationen begonnen. Das heißt, wir sind jetzt im dritten Jahr. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir damit begonnen haben. Ich glaube, die ersten Dokumentationsvideos waren sogar schon zwischendurch vorher vielleicht 20 oder so. Und vorher war der Kanal ja anders geprägt und jetzt ist er nochmal anders. Und ich glaube, das ist eine spannende Reise für einige Zuschauer und auch für mich. Ja. High five. I got five on it. Als nächstes die 50. Bam.